Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 26. Februar 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 792 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Beginnen mit Disney+, Opera 67, Netatmo, Huawei P40, Xbox One Dashboard und GWG März 2020. Ich beginne gleich mit dem Streaming-Dienst, der bald in der Schweiz, Deutschland und Österreich starten wird. Nämlich genau früher, nicht am 31. März, neu wird er um 24. März schon starten. Disney+, mit Titeln von Marvel, Pixar, Disney selber logischerweise, Star Wars, National Geographics etc. Und ja, was haben die zu berichten? Da gibt es einiges, denn wer davon profitieren möchte, günstiger einzusteigen, der kann das aktuelle Jahresabende, was eigentlich 99 Schweizer Franken, Euro-Preis habe ich nicht gerade bereit, kosten würde. Aktuell für 84,90 haben, also knapp 15 Franken günstiger. Muss man sich aber bis zum 23. März dafür entscheiden. Nachher kostet es den vollen Preis. In Deutschland ist die Differenz nicht 15, sondern 10 Währungseinheiten. Somit zuschlagen, wer da eh hingehen möchte oder es zusätzlich haben will, einrichten möchte. Opera, der beliebte Browser aus Norwegen, hat eine neue Funktion bekommen, die auf den Namen Arbeitsbereiche hört. Damit kann man seine Tabs in den Griff bekommen. Verschiedene Arbeitsbereiche bis 5 an der Zahl definieren. Für zum Beispiel Sport, Hobby, Freizeit generell oder irgendein bestimmtes Projekt. Unterschiedliche Projekte kann man so zusammenführen. Die Tabs darin sammeln und Doppelte ausmisten etc. Finde ich ein cooles Update. Ob ich das bei meinem chaotischen Browserverhalten hinbekommen werde, muss ich testen. Aber auf jeden Fall finde ich die Idee sehr, sehr toll gemacht. Dann gibt es Neuigkeiten zum Bereich HomeKit Secure Video. Die Unterstützung hat nach der Logitech Kamera auch die ÖFI Kamera erhalten. Und jetzt ist die dritte im Bunde auch komplett, nämlich Netatmo. Die werden in den nächsten Tagen für die Smart Indoor Kamera das Firmware Update ausliefern, damit man da jetzt auch HomeKit Secure nutzen kann. Wie das Ganze funktioniert etc. Details. Wie immer bei uns in den Shownotes im Podcatcher eures Vertrauens oder auf daily.geektalk.ca zum Nachlesen und Anklicken und dann Weiterlesen. Ja, es ist offiziell verkündet worden bei der Huawei-Geschichte. Am Montag hat man es nur nebenbei fallen lassen, das P40 und das P40 Pro wird offiziell am 26. März diesen Jahres vorgestellt. Das Ganze wird eine Online-Geschichte bleiben, also keinen speziellen Event geben, sondern das Ganze online und zum Anschauen. Ich bin sehr gespannt auf das Telefon und ja, mal schauen, wie es sich dann schlussendlich schlagen wird ohne die ganzen Google-Dienste. Übrigens für Oppo ist auch definitiv jetzt der 6. März ausgerufen worden und somit wissen wir da schon dann mehr. Kommen wir zum Xbox One. Die haben einen Februar-Update rausgehauen, also Microsoft hat dafür eins rausgehauen und hat dabei das Dashboard ein bisschen neu umgestaltet, ein bisschen neu sortiert, wem es gefällt. Installieren, auch sonst solche Updates sollte man ja immer installieren. Ich finde es interessant und ja, mir fehlt halt die Xbox dazu, aber Updates macht, wenn ihr welche habt und natürlich auch Backups. Und wenn wir gerade bei der Xbox sind, Games with Gold für den März ist bekannt. Es ist unter anderem Batman mit dabei und Sonic, wer die beiden Titel mag oder einen davon, der sollte sich Games with Gold mal ein bisschen genauer anschauen. Immer wieder mal ein spannender Titel mit dabei. Das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte, für den Mittwoch. Ich wünsche euch noch einen erfolgreichen und schönen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns morgen am, was haben wir, Donnerstag dann wieder hören. Genau, in diesem Sinne, euer Pogipsi. Bis dann, tschüss. Hört mehr Geek Talk.